Servus Leute, ich hoffe euch geht's gut und willkommen zu Shores Hyricks. Dieses Mal schauen wir uns meine neueste Modellrakete an, nämlich die Jupiter. Das ist eine kleine, aber feine Modellrakete, die habe ich vor einiger Zeit gekauft, zusammengebaut. Wie ich das gemacht habe, das schauen wir uns gleich an und ich habe sie danach natürlich auch fliegen lassen. Und ein kleiner Spoiler sei mir erlaubt, die fliegt echt gut. In diesem Sinne, let's rock it! Die Rakete ist rot, wie man sieht. Die erste Rakete, die Long March war weiß, dann kam die Sirius, die war schwarz und diesmal habe ich mir gedacht, gut, schwarz ist eigentlich eine schöne Farbe, mache ich sie rot-schwarz. Sieht eigentlich ziemlich cool aus, zumindest finde ich, dass die ziemlich cool aussieht. Aber gut, zurück zu den Daten. Die Rakete ist 46,5 cm hoch und wiegt um die 60 Gramm. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, sie zusammenzubauen. Der Bau von solchen Modellraketen läuft in den meisten Fällen ähnlich ab und das ist auch hier der Fall. Diese Papprolle ist natürlich der Raketenkörper und unten sehen wir noch ein paar Schlitze. Diese sind für die Flossen vorgesehen. Und in diesem kleinen Tütchen ist natürlich der Rest, wie der Fallschirm, der Motorhalterung und so weiter. Den Fallschirm belasse ich mal in der Tüte und ich packe auch mal die Schnüre wieder zurück. Und weshalb ich das mache, dazu kommen wir gleich. Die anderen Einzelteile, die wir sehen, sind hier zum Beispiel die Motorhalterung. Und hier haben wir die entsprechenden Ringe. Diese beiden werden oberhalb der Motorhalterung angebracht und der kommt in die Motorhalterung hinein. Die größeren beiden Ringe fixieren die Motorhalterung innerhalb der Rakete, während der kleine Ring in der Motorhalterung für den Motor selbst gedacht ist. Genauso wie dieser Metallbügel, deren beide Aufgabe es ist, den Raketenmotor zu fixieren. Hier haben wir noch die Raketenspitze, die kommt aber erst später dran. Das erste, was wir machen, ist, den Haken des Motorhaltebügels in diesen Schlitz einzuführen. Anschließend wird auf der Innenseite der Motorhalterung etwas Holzleim aufgetragen. Hat man dies erledigt, wird der Ring der Macht eingeführt. Äh, Entschuldigung, falscher Film. Anschließend wird die Kevler-Schnur mit einem Doppelknoten um die Motorhalterung gebunden. Der Abstand vom äußeren Ring zum Ende der Motorhalterung sollte ungefähr 8 mm betragen. Die 0,18 mm Abweichung werdet ihr mir bestimmt verzeihen. Auch an dieser Stelle wird ringförmig etwas Holzleim aufgetragen. Ist der Leim aufgetragen, kommt die Kevler-Schnur durch einen der äußeren Ringe und dann schiebt man den Ring auf die Motorhalterung. Und manchmal kann es ein bisschen knifflig sein, wie man hier schön sieht. Der Ring ist drauf, aber weil ich ein bisschen Material abnehmen musste vom Ring, weil ich ihn sonst einfach nicht auf die Motorhalterung bekommen habe, habe ich das Ganze nochmal mit Leim fixiert, beziehungsweise verstärkt. Anschließend müssen wir noch den zweiten Ring anbringen und da benötigen wir einen Abstand von einem Zentimeter. Plus minus 0,01 mm natürlich. Anschließend wird auch hier ringförmig der Holzleim aufgetragen. Und der zweite Ring wird aufgesteckt. So, nachdem das jetzt erledigt ist, wird die Kevler-Schnur mit dem Gummiband zusammengebundener. Dabei muss man darauf achten, dass die beiden Enden bündig sind. Des Weiteren benötigen wir vom Ende der Schnüre bis zum Knoten ungefähr einen Abstand von 3 cm. So, ich denke, das passt schon. Damit der Knoten nicht wieder aufgeht, nutze ich hier ein bisschen Sekundenkleber. So, die Motorhalterung ist jetzt erst einmal fertig. Ich habe das ein bisschen trocknen lassen. Und den Motor habe ich hier reingesteckt, weil ich innen drin ein wenig Probleme hatte oder die Pappe hatte sich ein wenig gelöst und deswegen habe ich da ein bisschen Sekundenkleber angebracht und mit dem Motor, Raketenmotor fixiert gehabt. So, und als nächstes ziehen wir das Gummiband bzw. die Kevler-Schnur durch die Motorhalterung hindurch. Das benötigen wir für den nächsten Schritt, wenn wir die Motorhalterung in der Rakete platzieren. Als nächstes nehmen wir den Raketenkörper und tragen etwas Holzleim in der Rakete an. Der Holzleim ist für die Motorhalterung gedacht und den trage ich ringförmig kurz vor den Schlitzen der Raketenflossen auf. Anschließend wird die Motorhalterung in die Rakete eingeführt. Was man hier beachten sollte, ist, dass dieser Motorbügel mittig zwischen zwei Schlitzen positioniert ist. Ansonsten kann man Probleme mit dem Anbringen der Flossen bekommen. Eine weitere Sache, auf die man achten sollte, ist, dass das Ende der Motorhalterung bündig ist mit dem Ende des Raketenkörpers. So, nachdem jetzt die Motorhalterung auch schon in der Rakete positioniert ist, nehmen wir das Shotband oder das Gummiband und ziehen es wieder durch die Rakete hindurch. Was ich jetzt hier mache, ist, mit einem Bleistift ausgehend von den Schlitzen am Raketenkörper gerade Linien zu ziehen. Die Markierungen helfen uns dann anschließend, die Raketenflossen relativ gerade anbringen zu können. Die Markierungen sind angebracht und dann nehmen wir auch schon etwas Holzleim und tragen es auf die unteren Kanten der Raketenflossen auf. Meiner Meinung nach sollte man hier auch nicht mit dem Holzleim sparen, sondern schon etwas großzügig auftragen. Ich hätte für euch noch etwas Holzleim. Noch ein gut gemeinten Tipp, falls ihr die Flossen an der Rakete andrücken wollt, dann solltet ihr nicht allzu fest drücken. So, das wäre geschafft und ich denke, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Zur Verstärkung habe ich dann nochmal auf alle Fugen etwas Holzleim aufgetragen und das verstreiche ich dann mit meinem Finger, so dass dann so eine glatte und gleichmäßige Schicht entsteht. So, das sieht doch gut aus Leute, oder? Und ich denke, die Flossen sind einigermaßen gerade auf der Rakete angebracht. Und jetzt ab zum Trocknen. Nachdem der Holzleim einigermaßen getrocknet war, habe ich dann die Rakete rot lackiert. Natürlich muss noch der Name auf die Rakete und wie gesagt, die Rakete heißt Jupiter. Und da habe ich es mir relativ einfach gemacht. Ich habe einfach das, was ich auf die Rakete schreiben möchte, in der Schriftart und Größe, habe ich mir einfach ausgedruckt und das Ganze dann mit einem Cuttermesser ausgeschnitten. Anschließend habe ich dann das Papier mit dem Negativ des Namens an der Rakete fixiert und habe das Ganze einfach mit einem Edding ausgemalt. Und so sah das dann schlussendlich aus und anschließend habe ich einfach nur das Papier entfernt und noch ein wenig mit dem Edding das Ganze nachgezeichnet. Natürlich gibt es noch andere Arten und Weisen, wie man sowas machen kann, aber ich habe das jetzt halt so gemacht. Und so sah das dann schlussendlich aus und ich denke, das ist einigermaßen akzeptabel. Eine Sache ist bei der Jupiter anders, als wenn man die Rakete so bauen würde, wie sie eigentlich im Original-Set geliefert wird. Und das ist der Fallschirm. Das ist der Fallschirm, den ich aktuell hier für die Jupiter einsetze. Und ich zeige euch mal den Original-Fallschirm. Der ist noch hier in der Verpackung. Und das ist der gleiche Fallschirm, der eigentlich auch bei der Sirius mit dabei war. Und ihr wisst ja schon von meinem vorherigen Video, wo ich über die Sirius da ein bisschen was gezeigt hatte, dass ich den Fallschirm der Sirius ausgewechselt habe, weil ich mit diesem Fallschirm einfach nicht zufrieden bin. Ich bin mit dem Material nicht zufrieden. Ich habe mittlerweile ein bisschen recherchiert und gesehen, dass so eine Art von Fallschirm gar nicht mal so ungewöhnlich ist und auch sehr oft eingesetzt wird für kleine Raketen. Ich muss aber gestehen, dass ich einfach von diesem Material oder von dieser Art von Fallschirm nicht überzeugt bin. Das ist nach wie vor meine Meinung, dass diese Fallschirme jetzt nicht so zuverlässig sind. Und deswegen habe ich den Fallschirm, der Original mit dabei war, nicht eingebaut, sondern habe einen anderen verwendet, nämlich den hier. Allerdings muss ich an einer Sache noch arbeiten und das sind meine Lackierfähigkeiten. Ihr seht unten, da ist mir das nicht ganz so sauber gelungen. Aber okay, ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin kein Lackierexperte, aber ich denke mal, das ist einigermaßen noch in Ordnung. Und solange sie gut fliegt und einigermaßen gut aussieht, bin ich zufrieden. Und wie gut sie fliegt, das schauen wir jetzt. So, liebe Freunde, ihr seht, die Jupiter ist startbereit. Da ist ein Motor drin. Ich habe den Launch Controller schon angeschlossen. Die Windbedingungen sind relativ gut. Es ist fast windstill und ich würde sagen, lassen wir sie steigen. Let's rock it! So, liebe Freunde, die Windbedingungen sind relativ gut. Uh, yes! Das war doch ein super Flug, oder? Also ich fand den Flug wirklich super, den ersten Flug der Jupiter und ich habe zwar die Rakete kurzzeitig aus den Augen verloren, ich denke man hat es auch auf dem Videomaterial gesehen und es war auch in echt so, kurzzeitig wusste ich da nicht, wo sie hin ist, ich dachte, die ist tatsächlich auf den Jupiter geflogen, aber als sie dann wieder zurückkam und der Fallschirm dann ausgestoßen worden ist, dann hat man sie wieder gesehen, aber ich muss sagen, die Flüge, die ich jetzt bisher gemacht habe mit der Long March und der Sirius, muss ich sagen, dass der erste und der letzte Flug von der Jupiter der Flug war, der mir am meisten Spaß gemacht hat zuzusehen und den ich wirklich am beeindruckendsten fand. Wie wir auf den Aufnahmen gesehen haben, ist der Fallschirm wirklich sehr schön aufgegangen und die Rakete ist doch recht sanft wieder gelandet und wenn wir uns die Rakete mal hier näher ansehen, dann sehen wir, die sieht noch sehr gut aus, die ist in einem sehr guten Zustand, das sind keinerlei Schäden an den Flossen oder sonstige Schäden, zumindest oberflächlich erkennbar, hier ist auch gar nichts gut, die hat die Schutzwatte verloren, aber das ist nicht so tragisch. Raketenspitze, da haben wir jetzt eigentlich keine Schäden erwartet und am Fallschirm, der ist immer noch in einem sehr guten Zustand hier, man sieht es, das sind keinerlei Löcher drinnen, die Schnüre sind alle noch fest am Fallschirm angenäht oder die sind immer noch fest, da hat sich nichts gelöst oder sonstiges und im Prinzip braucht man da nur wieder Schutzwatte in die Rakete einfügen und sie wäre prinzipiell wieder startklar. So Leute, das war's mit diesem Video und meiner neuen Jupiter-Modellrakete, ich hoffe euch hat das Video Spaß gemacht, in diesem Fall gebt doch den ganzen einen Daumen hoch, ihr könnt auch sehr gerne den Kanal abonnieren, das alles wird natürlich auch dem Kanal helfen und mir auch ein gewisses positives Feedback geben, auch dass der Kanal dann wachsen kann und auch als Content-Creator, später ist man natürlich dann auch erfreut darüber, wenn man sieht, dass positive Resonanz zurückkommt. Ihr könnt auch gerne die Glocke betätigen, falls ihr informiert werden wollt, wenn es wieder ein neues Video gibt. Bis dahin, macht's gut und don't forget to rock it! Bis dahin, macht's gut und don't forget to rock it! Bis dahin, macht's gut und don't forget to rock it!